Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, Bitcoin pumpt wie blöde, stoppt unseren Short-Trade aus. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Werden wir möglicherweise sogar die 20.000 US-Dollar-Marke kratzen. Die Chancen stehen wirklich gut. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Und damit habe ich genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, 18.137 US-Dollar. In der Spitze sind wir bis auf ungefähr 18.400 US-Dollar gekommen. Haben sogar hier das letzte Hoch von Dezember nochmal angetestet, sind aber bisher nicht drüber gekommen. Trotzdem sind die Chancen nicht schlecht, dass wir sogar die 20.000 US-Dollar-Marke anlaufen. Erstmal noch ein großes Sorry. Der Trade mit dem Golden Pocket ist leider in die Hose gegangen. Damit auch Verluste realisiert, muss man natürlich auch mal mit einsehen. Wir sind hier durchs Golden Pocket perfekt reingekommen. Wurden dann rejected bis 18.320 US-Dollar, also kurz vor unserem ersten Take-Profit. Und dann leider ausgestoppt, nachdem der Kurs kein Halten mehr gekannt hat. Und jetzt befinden wir uns eben in einer Zone, wo kaum noch Widerstände auf uns warten. Kriegen wir jetzt in 4 Stunden Close über diese 18.400 US-Dollar, also über diesem WIG hier, sind die Chancen sehr hoch, dass wir eben die 20.000 US-Dollar-Marke erreichen, weil hier oben nicht mehr viele Widerstände sind. Wir haben die nächste Ineffizienz hier genau bei den 20.000 US-Dollar-Punkten. Und ansonsten, wenn wir uns jetzt natürlich das Golden Pocket wieder ein bisschen anders ziehen, und da ziehen wir jetzt einfach mal von unserem Höchstpunkt bis zu unserem Korrekturpunkt einfach, dann wäre der nächste Widerstand bei 19.200 US-Dollar. Ich werde noch den einen Long Trade offen lassen. Erst einmal also noch ein bisschen beobachten. Natürlich sind dann nur noch 25% offen, aber Profite sind Profite. Ich werde den Aura wahrscheinlich noch ein bisschen offen lassen, einfach bis hier oben, bis zu dem Golden Pocket. Aber vorher denke ich jetzt erst einmal nicht über Shorts nach. Warum? Weil wir eben momentan in der Zone sind, wo es sich einfach nicht lohnt, einen Short- oder Long Trade nochmal aufzumachen. Wir haben hier dieses Hoch, welches wir erstmal durchbrechen müssen. Durchbrechen wir dieses, sind die 19.200 bis 20.000 US-Dollar auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ansonsten jetzt hier Short zu gehen, wenn über uns keine Widerstände sind, macht einfach keinen Sinn. Und deswegen warten wir hier erstmal ab. Aber wo wäre jetzt der nächste Positions-Long möglich? Einerseits hier unten bei den 17.400, wo wir unser Golden Pocket hatten, wo wir das letzte Mal ordentlich Widerstand hatten. Das sehen wir auch hier, wenn wir so ein bisschen die Vergangenheit lunzen. Aber ganz ehrlich, für mich eher momentan die 17.000 US-Dollar. Warum? Wir hatten hier deutlich, deutlich mehr Widerstände zuvor, um hier erstmal drüber zu kommen. Dann haben wir hier unten noch ein paar Vector-Candles. Das schauen wir uns auch mal ganz kurz an, wenn der, jo, funktioniert Bombe. Einerseits auf dem 4-Stunden-Timefilm sieht man das ganz gut hier unten die 17.000 US-Dollar. Hier ist der Vector-Candle. Dann natürlich der ganze Pump von heute Nacht. Auch mit Vector-Candles ist alles stattgefunden. Das heißt, hier liegt eine Menge Liquidität. Und die sollte sich der Kurs meines Erachtens nach früher oder später nochmal holen. Für mich persönlich wäre es einfach sinnvoller, wenn wir erstmal runtergehen, die 17k, um die ganzen Logs nochmal auszustoppen. Und dann, sag ich mal, einen neuen Anlauf zu starten, zumindest in die Region, um 19.200 US-Dollar. Natürlich heute Nachmittag stehen dann noch die Zahlen der CPI-Daten, also der Inflationsdaten in den USA an. Das könnte nochmal extrem interessant werden, wie es jetzt hier weitergeht. Ob wir wirklich die 6,5% wie angekündigt, sag ich mal, behalten. Oder ob die Inflationsdaten sogar nochmal ein bisschen höher ausfallen. Das wird dann heute Nacht sehr, sehr interessant werden. Ob das jetzt schon ein Pre-Pump war für die Inflationsdaten, das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ansonsten sind jetzt erst einmal keine neuen Trades geplant. Ein Rücksetzer wäre meines Erachtens nach auf jeden Fall wünschenswert, um nochmal mögliche Long-Positionen zu eröffnen. Um die ganzen Vektoren zu füllen und den überhitzten RSI auch mal zu füllen. Wir hatten hier einen RSI 585. Das hatten wir seit Ewigkeiten nicht mehr. Und da wäre meines Erachtens nach eine Korrektur angebracht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir blicken ganz kurz auf den Daily-Time-Film und ihr wisst, auf was ich hinaus will. Wir haben unser riesiges Falling-Vedge. Wir sind endlich ausgebrochen und dieses Mal auch mit etwas mehr Volumen. Trotzdem, guckt euch den Volumen-Peak hier an. Kein wirklich signifikantes Volumen. Da hatten wir in der Vergangenheit deutlich höhere Volumen-Peaks. Also, ich nehme das alles nochmal ein bisschen mit Vorsicht. Da haben wir ja auch schon im letzten Video drüber gesprochen. Die Chance, dass wir immer noch die 14.000 oder 15.000 US-Dollar sehen, ist noch sehr, sehr hoch. Solange wir hier keinen impulsiven Move sehen. Klar, auf den kleineren Time-Filmen sieht es gut aus. Aber auf den größeren bin ich noch nicht wirklich davon überzeugt, dass das jetzt schon der Boden war. Ansonsten sind wir genug bei den Altcoins schon investiert. Und wenn nochmal eine größere Korrektur kommt, freut es uns natürlich umso mehr. Gut, dann Ethereum schauen wir uns auch mal ganz kurz an. 4 Stunden Time-Film. Auch hier natürlich ordentlicher Pump. Unser Short wurde ja auf Stop-Loss-Entry dann nach TP1 auf jeden Fall ausgestoppt. Wir haben die Range gebrochen, endlich mal mit einem 4-Stunden-Close. Haben die Ineffizienz hier oben, sieht man ganz gut, perfekt auf den Dollar abgeholt. Hier bei den 1422 US-Dollar. Die blaue Linie war die Ineffizienz, wurde abgeholt. Das Golden Pocket hingegen haben wir noch nicht ganz erreicht. Das liegt hier oben bei den 1465 bis 1450. Das wäre dann auch so eine Möglichkeit, um möglicherweise sogar einen Short-Trade einzugehen. Das Problem, was wir hier aber haben, ist, wir haben hier von dem ganzen FTX-Müll noch eine krasse Volumen-Kendel. Und da oben sind die Shorts erst reingekommen bei 1577 US-Dollar. Das heißt, hier oben liegt eine Menge Volumen, viel Short-Volumen vor allem. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt mit irgendwelchen Short-Trades vor allem nicht in solche Candles jetzt reinshorten. Wir beobachten das jetzt erstmal mal ganz genau, wie es jetzt weitergeht. Wir haben Ineffizienzen geschlossen, wir haben das Golden Pocket vor der Nase. Wir haben aber die größere Ineffizienz mit dem größten Volumen bei 1577 US-Dollar. Das heißt, wir warten hier erstmal noch ab. Wir haben noch einen Long-Trade offen von 1.153, den lassen wir auf jeden Fall noch offen. Der müsste jetzt glaube ich mit 50% im Profit sein, auch wenn hier nur noch 33% offen sind. Egal, den lasse ich jetzt erstmal laufen. Ich will momentan in keine Shorts reingehen. Eine Möglichkeit für einen neuen Long-Werner hier unten bei den 1.347 US-Dollar nochmal den Retest hier zu machen. Aber, jetzt kommt auch hier das große Aber, die Vektoren liegen unter uns überall. Da liegt einer bei 1.270 noch. Den würde ich sogar momentan eher im Blick behalten, als hier oben die 1.280 US-Dollar, weil hier unten deutlich mehr Volumen liegt. Wir haben unsere lila Range, die hier unten auch verläuft. Wir haben eine Menge Volumen hier unten drin. Natürlich auch ist der Pump über Nacht eine Menge Volumen reingekommen. Trotzdem, es gilt momentan einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein. Man shortet nicht in solche Pumps rein. Auch wenn hier schöne Level sind mit dieser Ineffizienz und sonstigen, würde ich jetzt momentan von Shorts erstmal die Finger von lassen. Eher nach neuen Longs Ausschau halten, sobald wir hier eine kleinere Korrektur reinkriegen. Und was auch interessant ist, wir haben eine minimale Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Aber es hat sich alles über die letzten Tage immer wieder ein bisschen angestaut. Und sofort wieder neues, höheres hoch. Und die Bearish Divergence war invalide. Deswegen, vorsichtig sein mit irgendwelchen Shorts oder sonst was. Wir orientieren uns jetzt momentan ein bisschen Long. Trotzdem, Short-Seite sieht momentan ein bisschen stärker aus, meines Erachtens nach. Aber übergeordnet haben wir noch viel, viel zu viel Luft nach oben hin, um nicht sogar hier auch bei Ethereum die 1.577 US-Dollar anzulaufen. Aber das ist so ein Ziel. Müssen wir die nächsten Tage ein bisschen gucken, wie das ausläuft. Und danach auch die Entscheidungen im Endeffekt richten. Gut, dann kommen wir noch zu den News. Und heute Abend sehr wahrscheinlich kein Livestream. Ich schaffe es von der Stimme noch nicht. Ihr hört es, ich bin immer noch deutlich erkältet. Aber Video ist jetzt wichtig. Deswegen Video, Livestream muss ich heute Abend leider absagen. Und dann kommen wir jetzt, wie gesagt, zu den News-Deal mit Voyager und Binance in Sichtweite. Ja, ist ja schon, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen ein bisschen so in den Gerüchten, sage ich mal. Aber dass Binance auf jeden Fall Voyager digital übernimmt, beziehungsweise, ja, übernimmt, kann man schon sagen, ist jetzt auf jeden Fall in Sichtweite. Gut, Artikel müsste in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten, wer noch nicht drin ist, gerne in die Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinkommen, damit ihr keine Signale verpasst. Auch wenn so ein Signal auch mal in die Hose geht. Gut, das war es von mir. Später wird es wahrscheinlich noch ein Altcoin-Video geben. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder, beziehungsweise spätestens dann morgen. Und ja, wünsche euch einen guten Start in den Tag. Like da lassen, Abo da lassen. Und wie immer, bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.